Seit 35.000 Jahren leben Menschen und Hunde in einer gemeinschaftlichen Beziehung. Sie ist entwurmt. Sie müssen Elfriede noch behalten. Ich kann gar nicht mit Hunden umgehen. Das ist aber ein nettes Kerlchen. Alles hat mit allem zu tun. Das ist nicht falsch. Ich wollte das auch nicht. Ich suche den traurigsten Unterhalt. Die anderen Trauerengen sind zu alt für sich. Dann weinen sie, wenn er stirbt. Nein, nein, so. Wir finden über Nacht so ein bisschen fressen. Ich weiß, sie ist so doof und gibt so viel Geld für den Hund aus. 500? Würde das reichen? Ja. Der Hund weckt dich, wenn dein Haus brennt. Während sich eine Katze durch die Hintertür rausschleicht und dich verbrennen lässt. Na, der Streiner? Sind sie hier irgendwo? Nein. Ich kann sie doch sehen. Du schläfst mit einer Frau aus deiner Konzertagentur. Ah, der Hund soll jetzt auch noch Untreue riechen können. Also doch. So, ein Quatsch sehe ich so aus. Ich wollte gerade mit dir. Zieh mir mal was an, dass sie doch rübern aus. Hä? So, und jetzt ruft eure Hunde. Komm her! Gangster! Was ist mit dir? Schrei deinen Hund nicht so an! Entschuldigung, ich bin doch nicht taub. Kein Gelaufen, kein Gebellen, kein Gefurzen oder in die Ecke gepisst! Platz! Geht doch! Hallo, Mama! Mein Gott, was für ein hässliches Fisch! Ihr glaubt gar nicht, welche Männer man mit Hund zu kennenlernen? Nein! Na, läufig? Nein! Genau der richtige Tag, um Liebe zu machen. Galileo ist in Casanova. Es geht nicht immer nur um dich. Ob man Mann hat oder nicht, am Ende ist man immer allein. Hol den Pfropfen raus, lass ihn knallen! Ja! Noch so ein Ding, kriegt er ne Gelbe! Sie haben einen Hund? Na ja. Aber Sie haben nichts davon erwähnt, auch wie ein Profi. Mögen Sie keine Hunde? Ich bin Katzenbesitzerin!